Ein Ford Transit Zustum steht hier zum Verkauf. Der schwarze Van ist fünftürig, bietet Platz für fünf Personen und hat einen großen Stauraum. Der Van besitzt zahlreiche Ausstattungsdetails wie ESP, Partikelfilter, Einparkhilfe, Bluetooth, Tempomat und vieles mehr. Das Schaltgetriebe überträgt eine Leistung von 155 PS. Auf 100 Kilometern liegt der angegebene Verbrauch des Diesel bei 6,4 Litern. Der Online-Preis des Wagens beläuft sich auf 40.870 Euro. Kontaktieren Sie uns, wir informieren Sie gerne näher. Autohaus Ködler. Ständig 1000 Ford auf Lager. Größte Auswahl. Bester Preis. Autohaus Ködler. Ständig 1000 Ford. Ständig 1000 Ford auf Lager. Größte prohibited. juriskarteiv v cuatro,5 www.moo.bester Walmart. Ständig 1000 Ford Fuji. Ständig 1000 Ford auf Lager. Größte vaste einen Autohausaus vibrations.